Tief im Herzen der Karibik. Melee Island. Ist aber nicht nach der Special Edition aus. Ich bin vorbereitet. Ah ok, Secret of Monkey Island Special Edition. Das sieht schon mehr nach einer Special Edition aus. Ich hätte auch nichts gegen die Klassik Edition, aber ich habe die Special Edition gekauft, also spielen wir die auch. Und damit willkommen zurück, seid gegrüßt zu einem neuen Projekt. Ja, The Monkey Island. The Secret of Monkey Island. Der erste Monkey Island Teil. Live auf Twitch. Später auf Youtube. Mittels will ein Frust. Es geht los. Gibber Streetwood Um, ich bin hier. Ah, gut dann, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ich verstehe. So, du willst ein Pirat, oder? Du bist eher ein Inspektor. Aber wenn du ernsthaft über Piratation bist, geh mit den Piratungsleidern. Du findest sie in der Skumbar. Oh Gott, danke. Ich werde das machen. Tschüss, jetzt. Ich bin weg, um meine Glückwunsch zu suchen. Gute Glück. Ähm, wo hast du gesagt, dass die Piratungsleidern waren? Die Skumbar. Genau. Danke. Und da sind wir am Spiel und können uns bewegen können. Scheinbar spielen. Ah, okay. Sekunde. Können wir Sachen untersuchen. Ah, okay. untersuche Felsvorsprung. Ah, hier kann man verschiedene Sachen ausprobieren. Ja, Felsvorsprung. Gib Felsvorsprung an. Geh zu Felsvorsprung. Oh, ähm, ja, Sekunde. Ich will den Felsvorsprung an. Nehm Felsvorsprung. Okay. Daher können wir den Nerven dafür gehen. Und Sachen anschauen. Ah, ja, hier haben wir den Morsrat. Können wir. Sprechen. Untersuchen. Ich kann das nicht ausführen. Tipp Plakat an. Ah, okay. Das können wir jetzt an was anderes geben. Untersuchen. Aha. So, äh, na dann waren wir glaube ich schon richtig. Können wir den Mond untersuchen. Wir können den Mond nicht untersuchen. Wir können den Mond auch nicht abweisen. Wir besprechen wahrscheinlich auch nicht. Jut, na dann. Hier sehe ich doch schon. Die Scum Bar. Dann treten wir mal ein. Dann fahren wir durch den Fuß. Eintreten. 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 Ich kann das nicht umgehen. Ähm. Stein durchs Fenster werfen. Eintreten habe ich nichts. Öffne. Öffne die Tür. sehr gut und dreht hinein hier ist sehr viel los wer seid denn hier? müssen wir natürlich interagieren das muss noch lernen da hast du vielleicht recht ok jetzt können wir interagieren ja direkt mal was wichtig gekommen ich weiß nicht was zu tun mein Name ist Guybrush Threepwood ich bin hier in der Stadt Guybrush Threepwood? ha 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 das ist der schlimmste Name die ich schon gehört habe naja naja mein Name ist Mancombe Siepgood ja ok entschuldige mich schön zu sprechen ok ich bin auf Melee Island tm ok mit wem können wir noch reden so der sieht doch sehr richtig aus hallo ähm ja das ist eine gute Frage ein Drink ja das ist eine gute Frage ein Drink nur eine kontaktlinzer so mit ihm mit ihm da oben vielleicht können wir mit ihm hier reden nein nicht ich habe mir Loon erzähl mir über Loon du meinst die letzte Masternfülle von Fantasie-Storie-Telling aus dem Lucasfilm Brian Moriarty Das ist eine großartige Sprecher mit einer Interface von Magik. Schöne, hohe Resolution 3D Landscapes. Schöne und Musiker. Nicht zu erwähnen die Detail-Animation und Spezial-Effekte. Elegant Punkt-and-Click-Control von Charakteren, Objekten und Magik. Er klingt in einem guten Stil, scheinbar. Der Loom-Pirate. Okay. Wegen haben wir hier noch mit dem Mund reden. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringt, aber... Ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringt, aber... Ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringt. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringt. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringt. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringt. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas bringt. Schön, dass da Mathias noch hinten steht. Ok, wir können nicht mehr mit ihm reden. Oh, der Koch, 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 der Koch. Verdammt. So schnell kann ich das Sprachstum doch nicht auswählen. So, mit wem können wir noch reden? Mit ihm nicht. Ok, dann können wir bestimmt... Ihn mal untersuchen. Oh, dann mag ich nicht mehr gehen. Wir sollen uns einen Krug suchen und uns dann... uns was zu trinken holen. Am ersten Mal müssen wir mit ihm reden. Mit dem Käpt'n hier. Koch, 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 Koch. Ich wollte was zu trinken, kein Trink. Ich wollte was zu trinken... Da brauche ich mich... ... und schluss. Das würde doch wohl der Käpt'n sein, oder? Wann bin ihr was, mein Mann? Ich will ein Feuerwerb. Ich werde wieder verloren, Mann. Du fühlt uns nix. Wann bist du, mein Mann? Warum? Ich will ein Pirat. So, was? Warum uns nicht? Hey, nicht vergessen, dass wir kurz auf Hilfe sind, wegen dieser ganzen Lich-Chuck-Thing. So? So, keine Piratinnen bedeutet keine Swag. Und keine Swag bedeutet keine Drog. Und wir sind gefährlich auf Drog. Hmmmm. Hmmmm. Hast du irgendwelche Fähigkeiten? Ich kann meine Brathe für 10 Minuten. Well, all right. Aber du bist nicht ein Pirat nur wegen der Frage. Du musst durch die 3 Trial. Die 3 Trial. Welches 3 Trial sind das? Es gibt 3 Trial. Alle Piraten müssen passen. Wir müssen die Spiegel machen. Und die Kunst der Fähigkeit. Und die Quest. Der was? Schmutzung, du Seeurchen. Genau. Du musst sich selbst in diese 3 Trial. Schmutzung. 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 Dann zurück mit Proof, dass du es getan hast. Okay. Dann, du musst Grog mit uns trinken. Grog! Grog! Jetzt müssen wir fechten lernen. Diebstahl lernen. Und eine Schatz. Super. Grog! Warte mal mehr über die Spiegel. Zuerst! Schmutzung. Schmutzung. Du musst ausweichen und zerstören Sie den Spiegel. Siehst du jemanden in der Stadt, der dich direkt zu dir. Okay. Irgendjemand wird uns das Schwert geben. Oder wir können etwas abkaufen. Imagine trying to take on a sword master without any training Tell me more about mastering the art of fever We wanted to procure a small item for us The idol of many hands In the governor's mansion The governor keeps the idol of many hands In the display case in the mansion outside the town Aha We have to get past the guards The tricky part when we get past the dogs outside We have to break the window At the stone Tell me more about treasure hunter Legend has it That there's a treasure buried here on the island All you must do is find the legendary lost treasure of Mayday And bring it back here Should I have a map or something? Well, we can hardly expect to find a treasure without a map And don't forget Enx marks the spot Ha 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 You're a bunch of foul smelling grog swilling pigs To be a pirate, you must also be a foul smelling grog swilling pig Uh-huh What's in that grog stuff anyway Grog is a secret mixture which contains one or more of the following Kerosene Kerosene Propylene glycod Artificial sweeteners Sulfuric acid Rum Acetone Red dye number two Scum Axel grease Battery acid And or pepperoni As you can probably imagine It's one of the most caustic Volatile substances No teman Ehhhh It's good I'll just run by now Let's leave us to our grog Come back later and tell us what you do Okay Well Open the door hey you can't come back here okay this would be crucial not done oh yeah deep beneath monkey island the ghost pirate lechuk ship lies anchored in a river of lava there's nothing like the hot winds of hell blowing in your face no sir nothing like it uh sir i it's days like this that make you glad to be dead oh yes sir glad to be dead we are glad to be dead right oh yes sir i i feel so lucky that you happen to capture my ship that murdered me and everyone on board yes yes sir lucky glad to hear it now what was it you disturbed me for uh yes sir well you see we might have a problem on melee island problem what possible problem could there be i've got those sissy pirates so scared of sea they're afraid to take a bath well there seems to be a new pirate in town actually he's a pirate wannabe young inexperienced probably nothing to worry about don't know why i bother you with it i'm taking care of myself wait i'll handle this personally my plans are too important to be messed up by amateurs yes sir when er wusste ja wir haben in den dritten teil und die kurs auf mein geirnend schon gespielt vor einiger zeit habe ich schon mal an einem stream gespielt einer meiner ersten streams na nicht einer meiner aber schon recht früh aus dem mein erstes team arbeiten habe ich auch soweit ich weiß mein erstes team korrekt ok was das hier schiebe ich habe die benutzung öffne untersuchung schliebe schließe rede mit zier kann man die tür schließen sehr schön na dann ich würde gerne gehen geht das auch geht das so ich würde mal sagen nicht hier lang gehen wir mal hier dann kommt das ja untersuchen minuit haben wir noch nichts ok in die stadt ok 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 Willst du eine Karte für den legendärer Verlust von Melee Island kaufen? Nur eine Resistenz. Rärm. Sehr rärm. Nur 100 Pfeffer von 8. Ähm. Nein, danke. Ich habe nicht genug Geld. Wir brauchen Geld. Wo kriegen wir Geld her? Achso, hier wird uns doch immer vorgeschlagen, was wir machen können. Oh, okay. Okay, wer ist das? Mit denen können wir doch reden, oder? Rede mit Männern und von Zweifeln auf der Moral. Piraten. Hey, nice rat. Do you like rats? Yes, especially in a light wine sauce. Ah, ah, get away! Do you guys know the sneaky looking man on the opposite corner? Wanna buy a map, eh? Our maps are top quality. Not like the birdcage lanyards you get from that clown across the street. Ah, das war's. Nee, nur aufmer. Aha. Ja, das sind eigentlich das condemns von Minuten und der ältesten von Melee Island PTA. coups. Ich kann sogar noch nicht ansprechen. Ja. Mhm. Oh, okay. Hey, are you guys pirates? No. We're a wandering circus troupe. But this rat scared away the elephant. Shut up. Of course we're pirates. You can't buy clothes like these off the rack. What do you want? So, ein Schiff unter den Crew. Wir haben versucht, einen Circus zu starten. Es war sehr gut, bis die Ratsche den Elefanten ausfüllen. Ach so. Jetzt hast du uns verpastet. Geh nach Hause. So, ähm... Ah, wir haben zwei Goldmünzen und... ...ein Protokoll. Es gibt sicher viele Schmerzen. Ähm, also ich habe zwei Goldmünzen. Ich kann es nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Entschuldigung, aber du... Jetzt ist es nur du wieder. Komm zurück für den Weg zum legendärer Verlust des Melee Islander. Ich hoffe, du hast genug Geld diese Zeit bekommen. Ok. Ich brauche mehr Geld. So. Pass auf, kid. Es wäre schlecht für Geschäft. Oh. Ok. Das wurde hier getan. Ich weiß nicht, was in diesen Basketen drin ist. Nein, danke. Ich würde lieber keine von diesem schrecklichen Voodoo-Zeug trinken. Aha. Voodoo-Zeug. Kommen wir jetzt zu Voodoo-Mama oder was? Oh, ja. Hi. Wait. Don't say anything. I can sense your name is... is... Guybrush. Guybrush Nose Hair. No. Threepood. Guybrush Threepood. Am I not right? Okay. Wow, that was amazing! Do you know any other tricks? I do not deal in tricks. What I know is the truth. So? My mind-reading skills tell me it is your future you are interested in. Are you certain this is something you really wish to know? Yes, tell me everything that's going to happen to me. I am getting a vision. Aha. Long voyage. I see you, Captain. I see you, Captain. Yeah. I see... What? See what? I see a giant monkey. Yikes. I see a giant monkey. Gross. Wait. It's all becoming clear. Your journey will have many parts. You will see things better left unseen. You will learn things better left unlearned. What kind of things? I hate surprises. No. The time is not right to know. When you know your purpose. Come see me. I will let you know then. Ahaha. The scope of war. Yikes. Okay. Hello. Guess no one's here. Okay. I'm just moving again. So we can go here. We need to go here. We need to go here. We need more money. We need to explode. So. team kommt an das haus Ähm, können wir mit ihm sprechen? Ne. Er haut ab. So, wir brauchen Geld. Milot, es ist etwas Besonderes. 10 Uhr. Milot, es ist etwas Besonderes. Bis zum nächsten Mal.